Das Maßjahr wird Ihr Jahr, lieber Skorpion. Zeigen Sie der Welt, was in Ihnen steckt. Im Job sollten Sie mutig neue Aufgaben annehmen und Ihre Hand heben. Obwohl sich zunächst vielleicht nichts zeigt, verspricht das Horoskop ab Mai eine positive Veränderung, die sich in Ihrem verdienten Lohn widerspiegelt. Gleiches gilt für Ihre Gesundheit. Positive Maßnahmen, die Sie jetzt ergreifen, werden sich laut Horoskop in wenigen Monaten auszahlen. 2023 Liebeshoroskop für Skorpione, Sterne der Liebe Das Horoskop verspricht eine gefühlvolle Zeit mit der Möglichkeit, Ihrem Seelenpartner zu begegnen. Diese Begegnung wird Ihr Leben positiv beeinflussen, und Sie werden sich wie im siebten Himmel fühlen. Vor diesem bedeutenden Moment erwartet Sie im Februar und März ein aufregender Flirt, der vielleicht nicht sofort die Liebe fürs Leben bringt, aber eine schöne und dauerhafte Freundschaft. Für vergebene Skorpione bringt Uranus, der Planet des Wandels, Herausforderungen in der Liebe. Der Wunsch nach Veränderung wird von Venus gebremst, die darauf hinweist, dass in Ihrer Beziehung noch ungenutztes Potenzial steckt. Wenn jedoch das Ende Ihrer Partnerschaft unvermeidlich ist, wird Mars Ihnen den nötigen Mut verleihen, sich zu lösen. Romantische Höhepunkte erwarten Sie im Mai und Oktober, wenn Venus Ihnen besonders nahe steht. Jahreshoroskop Skorpion 2023, Beruf und Geld In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 stellt Saturn den Skorpione vor eine Herausforderung. Dennoch hat sich in diesem Quartal vieles erleichtert, da Sie klar wissen, was Sie wollen und gezielt auf Ihre Ziele zu steuern. Ihr Horoskop zeigt, dass sich zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnen und viele Türen für Sie offen stehen. Finanziell gestaltet sich das Mars-Jahr 2023 für Skorpione nicht optimal. Es fällt Ihnen schwer, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten und unbedachte Ausgaben zu Engpässen zu führen. Es ist ratsam, zu Jahresbeginn einen detaillierten Einnahmen- und Ausgabenplan zu erstellen. Falls Sie mit Ihrem aktuellen Job unzufrieden sind, wird Jupiter Sie rechtzeitig zu neuen Chancen führen. Gesundheit im Skorpionhoroskop 2023 In verschiedenen Lebensbereichen neigen Sie dazu, über die Stränge zu schlagen und Ihre körperlichen Grenzen zu missachten. Die Tendenz, zu viele Aufgaben anzunehmen und Schwierigkeiten bei der Erkennung von Erschöpfungssignalen können zu Kreislaufproblemen und Energiemangel führen. Besonders bis März fordert Saturn Ihre Aufmerksamkeit. Achten Sie darauf, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu finden. Besondere Vorsicht gilt Ihren Gelenken, da eine falsche Bewegung zu Problemen im Knie oder Rücken führen kann. Neue Sportarten sollten mit Bedacht eingeführt werden und Aktivitäten wie Joggen, Tennis, Squash und Skifahren erfordern Achtsamkeit. In stressigen Phasen sind Wellnessanwendungen eine Wohltat. Gönnen Sie sich das ganze Jahr über regelmäßige Auszeiten und setzen Sie auf sanfte Sportarten wie Yoga oder Pilates. Gegen Ende des Jahres werden Sie sich wieder fitter und leistungsfähiger fühlen.